Hallo meine kleinen Racker, morgen, also Donnerstag, je nachdem wann ihr das guckt, ist das nicht morgen, sondern heute. Donnerstag, 9.10. Wieder ein Livestream auf Twitch, ihr wisst Bescheid wie das läuft, Link in der Beschreibung. Folget mir und dann sehen wir uns Donnerstag. Der Beginn ist 17 Uhr, okay, ich hoffe ihr könnt alle, ich hoffe ihr seid da, ich würde mich sehr freuen. Denn, ihr wisst, Vanguard auf dem Weg zum Twitch-Partner, da musste man schon mal öfter streamen jetzt, deswegen schon das zweite Mal jetzt die Woche. Das ist dann auch erstmal das letzte Mal die Woche, das heißt, seid ihr dabei, sonst verpasst ihr das und das wollt ihr doch alle nicht, oder? Das wäre doch sehr tragisch. Jo, dann sehen wir uns und ich hoffe, dass ihr es mir nicht übel nehmt, dass ich so wenige der sie Folgen jetzt im Moment rausbringe, aber die Folgen werden dann der Livestream, so wie es jetzt geschehen ist. Also bis dann, haut rein.